Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Kannst du mir sagen, warum du hier bist? Glückwunscher! Hey! Wegen dir wurde ich suspendiert! Hott ab! Willst du reinkommen und dich sauber machen? Du bist jetzt in Sicherheit. Kam es dir nicht seltsam vor, dass dieser Mann einfach auftauchte und dich rettete? Ich dachte, ich hätte Glück gehabt. Hattest du jemals Glück? Nein. Es war überall Glas. Was? Anzeichen für einen Kampf? Blut auf den Boden. Was ist mit dem Mädchen? Von ihr fehlt uns auch jede Spur. Ich denke, er hat sie umgelegt. Was hast du getan? Das war keine willkürliche Schießerei. Er hat was zu verbergen. Was passierte in diesem Haus? Wo sind sie alle hin? Ich habe diese Gedächtnislücken. Das sind nicht die einzigen Menschen in deiner Nähe, die verschwinden, oder? Denkst du, das sind alles seine Opfer? All das könnte so aussehen, als wäre es deine Idee gewesen. Glauben Sie etwa, dass ich derjenige bin, der die Felden zählt? Was wäre, wenn ich das tue? Mach ich's nicht! Danny, ich möchte dir wirklich helfen. Ich habe mich geschossen. Es ist am besten, sich schuldig zu bekennen. Sie sind alle darin verwickelt. Wenn ich richtig liege, ist Danny vielleicht unschuldig. Was erzählst du mir nicht? Was gestießt du dir selbst nicht ein? Did you see everyone? Did you see everyone?